was geht youtube herzlich willkommen zu einem neuen video dieses mal code names zusammen mit tanr leon und stehn ja dann und ich sind auf jeden fall zuerst im team zusammen gegen leon und stehn mal gucken wie es läuft ich hoffe es gefällt euch wenn ja like da lassen kommentieren mit konstruktiver kritik in den kommentaren und abonnieren um nichts zu verpassen und viel spaß mit dem video also er hat jemand was nein schon falsch was passieren daumen passieren habe jetzt können wir nicht nach bildschirmübertragung fragen ja wir können einfach jetzt spielt horn kopf atlantis olymp krankenhaus taste königin wagen topio grund verkleidung staturen apple stadt platte heide schild linie mutter tour und du hast schon direkt was gegeben ist dem ja ich wusste nicht dass ich das war ein bisschen drei na schön unterwegs kollege egal so und keine kommentare von beiden seien also von euch beiden ich sag gar nichts also nötiger park heide heide park ich hab gedacht wie sind die blauen tut mir leid for real jetzt oder for real for real ja dann gehen wir noch mal durch zeitung teufel ballett quarz küche glück tor note bett stahl jagd licht loch see zylinder roboter papagei aluminium bär acker korea pante straße koks schaf ja ok kein ding doch leon ich würde auf jeden fall auch sagen dass die 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 zusammenhänge du musst auch erstmal durchgehen du musst halt einfach denken wie der andere denkt du musst erstmal dixen auf die wörter kommen die äh also wasser ist auf jeden fall seh und ja ohne lange fackeln hat der gemacht jetzt muss ich erstmal überlegen leute Okay, was habe ich für Wörter? Das habe ich. Okay, okay, okay. Was habe ich für Wörter? Schaf, Koks, Bär? Ja, doch. Ich habe was. Also wir können... Ja, doch, 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 doch. Das können wir benutzen. Ist ja schön, dass du was hast. Warte mal, kurz überlegen. Na, Bandloch und Montnote. Warte mal kurz, mal was gucken. Boah, Dracke. Hast du irgendwas besser als das? Bisschen blau, ne? Ja. Nee, also das sind eigentlich... Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, er checkt. Nether. Quartz auf jeden Fall. Äh, und Teufel vielleicht. Äh, Tor, Note, Tor vielleicht. Vielleicht könnte auch sein. Da liegt im Loch. Zylinder. Voll geil, Aluminium. Er sagt, hoffentlich checkst du, aber du checkst zu viel, Digga. Ja, das wird auf jeden Fall Teufel sein, glaube ich. Ich sag jetzt Tor. Tor, ja, im Nether-Portal als Tor. Aber... Nee, weniger. Bett explodiert halt... Bet explodiert halt im Nether deswegen, aber ich weiß nicht mal, ob er das weiß. Also muss Teufel sein. Äh, ich sterb hier einfach, während Tanner sein Riesel macht, ey. Hättest du gewusst, dass die Betten im Nether explodieren? Ich glaube nicht, dass ich diese Frage jetzt beantworten darf, weil dann würde das... Was ist ja vorweg, ne? So. Äh, ne? Die Note... Äh... Nee, wusste ich nicht, ja. Musik. Also... Ballett hat Musik. Es gibt Straßenmusik. Es gibt K-Pop. Oh, okay. Papageien machen keine Musik. Äh... Zylinder... Wenn du was vorsichtigst... Ricke meinen Ohren, wenn die Zylinder drehen. Ich weiß nicht. Ja, ich guess Noto... Noto und Ballett, I guess. So ein Ballett ist crazy. Oh, strong, strong. Okay. Was haben wir denn noch? Die Zylinder im Auto bewegen sich auf jeden Fall nicht, Leon. Ja, digga. Die Kolben bewegen sich im Zylinder. Aber eben so, digga. Gibt's nicht... Nee, das ist Zeremonik. Ach, scheiße. Okay. Sollte hoffentlich... auch ziemlich klar sein. Weiß. Aluminium ist auf jeden Fall weiß. Zeitung könnte auch weiß sein. Stahl... Ja, theoretisch vielleicht nicht. Koks auf jeden Fall Also wenn es nicht Koks ist, dann weiß ich auch nicht Korea könnte auch weiß, Flagge und die sind auch ein bisschen weißlich Roboter Licht könnte auch weiß sein So Stahl glaube ich nicht, Aluminium Weiß ich nicht ob Hüsam So in Dingses Oher Bett, Bett könnte auch weiß sein Küche Acker scharf Ja, okay scharf Digga, Aluminium weiß? Ja, Aluminium ist auf jeden Fall weiß Ja, Silber weiß, ne? Silber so, ja Hätte ich auch gesagt Dass das weiß ist? Dass es Silber ist Achso Aber ist auf jeden Fall nicht Streiten sich die Gemüter, ne? Ich weiß nicht, ob das eine Wort ist oder ob das zwei Wörter sind Der Unbekümmerteid Der Unbekümmerteid Die schöne Zeit Der Unbekümmerteid Da wir in der deutschen Sprache sind, ist es auf jeden Fall ein Wort, ja Der Unbekümmerteid Der Unbekümmerteid Der Unbekümmerteid Der Unbekümmerteid Der Unbekümmerteid Der Unbekümmerteid Loch Todesnachricht Der keine Gefäße Oder so So, Digga Eheeeh Digga Oder das steht Todesnachricht Der steht Todesnachricht Digga Was sonst ich denn? Zeitung save Ja, glaub' ich auch Ich glaub' ich auch Gut, Digga Weil Zeitung muss ja wegen Nachricht Digga Wer kann ich töten, Digga? Keine Ahnung Junge Das Loch kann ich auch töten Die Küche. Stich dich ab. Das ist ein Messer. Korea, Bruder. Ja, wahr. Ist ja nicht Nordkorea, ne? Oder... Bett. Ich sag Bett. Warum? Weil's das schwarze Wort ist. Ja, wegen Todesbett. Ja, mach, Digga. Ich weiß auch nix anderes, Digga. Ich weiß es nicht. Okay, das ist einfach nicht. Der Unbekümmerte. Das ist einfach das erste Mal, dass ich nachdenken musste. Richtig, Digga. Und dann kommt Todesnachricht, Digga. Alles erwartens, Digga. Außer Todesnachricht. Ich hätte auch Bett gedacht wegen Minecraft, weil ich das gerade angesprochen hab. Und dann Todesnachricht bekommt man ja bei Minecraft immer. Aber sonst keine Ahnung. Also Bett einfach wegen Tod. Man stirbt im Bett oder so, don't know. Aber Nachricht war ja klar, ne? So Zeitungen irgendwie. Die Nachricht hätte sonst nirgends wo reingepasst. Nee. Also unsere Wörter sind echt... Die haben so wenig miteinander alles zu tun irgendwie, finde ich. Also klar, ihr seht ja auch alle Wörter. Aber... Weiß nicht. Also ihr müsst auch nicht immer zwei Wörter linken, ne? Ich weiß, ich kann auch fünf schreiben. Aber... Oder eins, aber... Ähm... Ja ne, aber das ist dann auch wieder ein Chap... Ah... Die Zeit... Der Unbekümmerteid... Ähm... Was Bruder? Okay, okay. Okay, okay. Bitte, bitte, bitte... Ah! Egal, ich versuch's. Silberlöffel. Silberlöffel. Da muss das auf jeden Fall Aluminium sein. Und... Da vielleicht Küche. Auf jeden Fall Küche. Von Silber haben wir gerade, wir reden das Aluminium. Ihr denkt das es Silber ist. Mit einem Silberlöffel geboren, könnte ja auch Glück sein, ne? Mit einem Silberlöffel geboren, 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 ja. Muss das sein. Also Küche auf jeden Fall... Nein, Gott! Nein, Gott, bitte, nein! Nein! Fall, okay. Alles klar, dann nicht. Also, ich hätte auch auf jeden Fall Küche genommen, Digga. Ja. Kannst ja nicht Löffel machen und nicht die Küche denken, oder? Was denn da denn? Tuh, Digga, Alter. Das wird ja immer grenzwertig mit den Worten. Zwangslager. Ich... Digga, ich sag auch mal nichts dazu, Digga. Was soll das heißen? Was soll das sein, ein Zwangslager? Digga, also... Boah, ich glaub, er meint ein KZ, Digga. Ja, aber das ist ja auf jeden Fall kein Zwangslager, ne? Ja, aber das will ich ja nicht schreiben, was... Auf jeden Fall Aluminium, weil's Silber ist. Und... Rain. Oder... Zwangslager, Digga, äh... Loch... Und... Loch und Korea, Digga. Loch. Noch. Warum Loch? Ja, weil die im Zwangslager in ein Loch geschmissen werden? Weiß ich ja nicht. Ja. Was für Zwangslager kennst du denn, Digga? Oder... Keine Ahnung, Digga, wie wär's, wenn du mal... Digga, das ist crazy. Also da muss ja auf jeden Fall Aluminium und Glück sein. Danke, Santa! Ja, sonst hätte er es ja nicht nochmal gemacht, wenn ich gerade erzählt hab, dass ich die beiden denke. Todesstoß... Ich bin so verloren, ich verstehe die ganze Zeit nicht, was du mit Tod meinst. Ja, was könnte er mit Tod meinen? Oder Licht. Ach, okay. Aber warum? Warum? Und Tor. Ja, okay. Ficken, Digga. Oder Korea, Tante und Bär. Todesstoß. Guck mal, am Anfang hab ich gedacht, wegen Todesnachricht halt Zeitung auf jeden Fall, und ich hab gedacht Bär, weil das ist das Tötigste hier. Ähm, dann hatte ich Zwangslager, da wollte ich auf Korea und Tante, weil... Was ist denn mit Zwangslager hier? Vielleicht die Tante? What? Äh... Und... 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 Digga, was sollte denn hier noch in einem Zwangslager sein? Acker doch nicht! Kein Zylinder, Stahl nicht, ein Bär nicht! Eine Tante? Ja, das ist doch ein Mensch, das ist doch ein... Ja, ich check, ich check seinen Gedanken an, aber das ist trotzdem so... Also, das erste, wo du, wo wir irgendwas von Tod oder so gesagt haben, war ich... Da hab ich gesagt Korea, und dann hat Tante direkt gesagt, ja, aber das ist ja Korea und nicht Nordkorea. Und da war Korea schon für mich raus, bei alles, was Tod und irgendwas anderes zu tun hat. Aber in Korea sind noch K-Pop geschrieben. Hätst K-Pop geschrieben oder Nordkorea? Ja, aber dann hätt ich nur eins gehabt. Nur Nordkorea. Und bei Bär wegen Todesstoß halt Bär ist halt das Tötigste, und dann wollte ich auch Licht noch, und dann vielleicht die anderen beiden haben. Nee, das war auf jeden Fall eins. Hast du halt so weit Straße gemacht noch? Die Kombis hier zu dingsen, das ist crazy. Straße ist doch unser. Ja, Sesam. Ich hätt Sesam geschrieben. Boah, der war Acker, ne? Hm? Acker. Du wärst durchgegangen. Sesam, Stahl, Sesam, Zylinder, und dann wär Sesam Straße gewesen, dann hättest du gesagt, ah, okay. Hundertprozentig. Ich wollte auch erst, also hätte Leon Loch nicht weggenommen, dann hätt ich irgendwie sowas geschrieben wie Asphaltriss oder sowas. Dass man so auf Straße und Loch vielleicht kommt. Aber ich weiß halt nicht, ob du dann darauf gekommen wärst. Der war bei Monopoly immer. Nee, nicht Loch, aber Straße. Ja, und der Zylinder? Den ich immer spiel? Was? Ja, ich spiel den Zylinder immer bei Monopoly. Nee, ich wär auch wieder auf Straße gegangen. Bei Monopoly hat kein Zylinder, Digga. So Jungs. Wollen wir nicht einmal Olden-Forschung machen? Doch. Ja. Der Olden-Forschung. Der Olden-Forschung. Mandel, Kaffelschere. Winnetou. Winnetou. Lama, Wirbelschnur, Matte, Schnorr. Stoner? Stoner. Geschein, 500 amerikaner Mahl, Bude, Riese, Gericht, Geburtstag, Takt, Adler, Bälle, Flink, Bau, Spiegellager. Spielen, nicht Spiegel. Bei dir war ne Frage, weil du hast Winnetou so komisch ausgesprochen. Ich weiß, wer Winnetou ist. Winnetou ist doch einfach Dings, ne? Der Indianer. Jajaja. Okay. Echt viel schwerer auf der Seite. Leon ist dran. Mit Dings. Oh, Leon. Ist Leon überhaupt da? Ja. Ja, Digga, ich lies mir die Wörter durch. Sorry, Digga. Achso, Digga, man sieht immer nur dein halbes Gesicht und du antwortest nie. Ja, entspann ich. Ich bin entspannt. Ah, unterschätzt das man nicht. Oder bei euch? Ah, unterschätzt das man nicht hier. Ähhh. 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 Tiere. Feier. 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 So ähnlich. Feier. Feier ist auf jeden Fall Geburtstag. Uhhh. Kann das jetzt schon nicht mehr. Feier. Me.... Feier. Feier. Das... Na ja, das ist gut. Feier müsste das auch noch sein. Hä? What the f? Er hat einen Zweig, ok. Feier. 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 Stell mal vor Digga, stell mal vor. Stell mal vor. Waffe. Muss auf jeden Fall Spiegel sein. Also wie läuft das jetzt, wenn ich links klicke, dann wähle ich's nur Pre-Pick? Wenn du überall unter diesen gelben ranklickst, dann kannst du das markieren. Okay, also in erster Form ist eine Schere für mich, eine Waffe. Python Gift maybe, aber wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Aber... Warte mal kurz. Warte mal kurz. Waffensatellit, Waffe, Mann, Waffe, Klappe, Waffeschere, Waffe. Winnetou, Winnetou hat eine Waffe mit sich. Dame, Wirbelschnur, Mathe, Schoner. Nee, ich glaub wieder uns. Amerikaner, Mann, Bude, Riese, Gericht, Takt, Armer, Quelle, Blinker, Bau, Spielwaffe, maybe? Also... Ja, keine Ahnung, also... Waffe, Bauwaffe, Spielwaffe... Boah... Wenn du tust, zu weit weg wahrscheinlich, oder? Hast du dir was für zuhören sagen? Auf jeden Fall Spiel und Schere. Ach so. Aber ich hab am Anfang gedacht, irgendwie Gericht, ich weiß nicht warum, aber jetzt wurde Spiel vorgelesen, also auf jeden Fall Spiel und Schere. Schere. Also Schere zu 100%. Spielwaffe, Bauwaffe, Takt, Gericht, Füße, Quelle Waffe. Also Schere zu 100%. Amerikaner, Amerikaner haben auch mal Waffen, Patriotisten sind das. Ach so... Ja... Ja... Ja, ich... Ich versuch Spiel. Okay, Spielwaffe war richtig, ist das schon mal gut? Schere... 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 Na, weiß nicht, ist das eine Waffe für ihn? Ne, ist es nicht. Hätte ich mir mal wirklich Angst, hätte es besser als für... Blinkerwaffe, Gericht, Takt, Adler, Lagerwaffe, Bauwaffe... Also mit Winnie warst du auch ein guter Punkt, wegen der Trick auch immer eine Waffe. Aber Amerikaner natürlich auch, ne? Güter und es gibt was auch echt, aber ich glaub das wär zu. Ne Belach nur, wenn wir gerade was schreiben, nicht über was ihr sagt. Ja, schon klar, schon klar. Boah, das war echt... Gerade. Digga, darf ich das schreiben, Digga? Warte, mach rein und dann sagen wir ja oder nein. Ja, so... Du musst doch das Prinzip mal sagen und ein anderes Wort abwarten. Dann kannst du mehr Dinger abgreifen. Also, I guess ich darf es eigentlich schreiben, Digga, weil da ist kein Wort drin, was da schon geschrieben ist. Schreib mir doch eigentlich. Das ist echt so. Boah, Digga, das sind groß geschrieben, Digga. Was denn da, du? Warum glaubst du denn nicht? Ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Das war klar. Ähm... Der zweite... Ne, ich darf ja nichts sagen. Ne. Also, der zweite ist der, oder? Ja. Das war mal was zu sagen, Digga. Ja. Der zweite ist der, Bruder. Das ist echt schwierig. Digga, gefällt mir. Hä? Fällt mir mal das zweite. Ja, hat Lama angedeckt, Digga. Ich weiß ja nicht, wie wir das Spiel spielen wollen, Stay. Was? Fällt mir mal das zweite. Aber ich glaube, Leons Aussage, die er gar nicht tätigen durfte, war... Der zweite... Ne, ne. Dass du eben mit Geschenke und Geburtstag gar nicht richtig gehittet hast. Und das zweite Wort sich noch auf das erste bezieht. Glaube ich, aber... Wer weiß. Wieso? Feier war noch Geschenke und Geburtstag. Ja, Geburtstag, ja. Geschenke war bestimmt eher so... Zufall. Ja. Was willst du mit Bundesverpassung machen? Lager? Ja, aber was kommt denn noch bei Feier? Vielleicht Bude. Was in der Bude eine Feier ist oder so. Ja, egal. Ne, ich glaube, ich habe es gerade durchgeblickt, aber... Alles gut. Ich sage gar nichts mehr. Also ich wollte dich nicht verwirren. Ich habe echt nur meine Gedanken in den Freien Hof gelassen. Digga, lass dich doch nicht so beeinflussen von Hüßern, Digga. Geschenke und Geburtstag. Was redet Hüßern überhaupt? Das macht gar keinen Sinn. Wolltest du Adler? Du wolltest Adler, ne? Ja, Adler. Wegen Bund, Bruder. Digga. Als ob ihr bei Python nicht an die Waffe denkt, sondern an die Schlange, Digga. Du hast zwei, Digga. Oh ja. Als ob ihr an die Schlange denkt, Digga. Du hast recht. Ich habe nicht mal an die Schlange gedacht, Digga. Ich habe nur an die Schlange gedacht. Ich habe nur an die Schlange gedacht. Ich habe nur an die Waffe gedacht. Normalerweise geht man auch jedes Wort durch und erkennt, ja, es kann nicht so eine Last sein am Anfang, ne? Junge. Ja, okay, Digga. Und Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das Spiel genommen habe. Warum du es genommen hast, war auf jeden Fall Amerikaner und Python, was ich bei Waffe hatte. Ja. Amerikaner. Aber ich weiß nicht, warum hast du das Spiel genommen? Ich weiß es nicht mehr. Spielzeugwaffe, ja. Ja, okay. Ja, aber ich hätte gedacht, dass du bei Winnetou noch zweifelst. Ganz kurz, Digga. Ja. Also, hier steht Geschenk und Geburtstag. Ich schreibe Feier. Bruder, also, wie kannst du dich denn von Hüsam so krass verwöhnen lassen? Aber wie kommst du auf Bude? Ja, wie kommst du auf Bude, Digga? Also, Digga? Ich habe an dieses Feier gedacht, aber dann irgendwie doch. Ja, das war das. Digga, Bude einfach komplett random. Ding, Digga. Du hast dich einfach komplett von Hüsam übertaken lassen, Digga. Ich schwöre, du hast nicht mehr nachgedacht, sondern einfach. Joa, macht Sinn, was er sagt. War ja nicht mehr in der Absicht. Halt, halt so, Digga. Digga. Das Ding ist. Junge, er will dir doch nicht helfen, das ist dein Gegner, Digga. Nein, 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 nein. Ich wollte erst helfen, weil du, wie gesagt, das zweite ist, hast du gesagt. Dann dachte ich halt, okay. Er wollte wahrscheinlich genau das sagen, was ich dann gesagt habe. Dieses, das zweite ist, noch vom ersten Wort, hast du was... Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, das... Ja, aber das weiß ich doch nicht. Wollte ich sagen, Digga. Ja, aber ich weiß es doch nicht. Ich hab... Bisschen was? Ist ein bisschen weit hergeholt. Ja, ich wusste es auf jeden Fall nicht. Ich hab mich vater gesehen. Dann haben wir Mateswitchen oder so. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, Digga, was hättet ihr bei Schnur, Klappe, Mandeln und was zu gut gemacht?